ja hallo und herzlich willkommen ich schaue nur kurz rein ob sie mich auch sehen beziehungsweise das watt weil das spiegelt doch ein bisschen ich stehe nämlich hier im wattenmeer bis zum hier an der nordsee wir haben ende november ist relativ mild und ich möchte die zeit nutzen auch die windstille ja diese ruhe hier laufen zwar immer wieder leute vorbei aber generell ist es relativ ruhig und ich möchte ihnen heute eine wirklich kraftvolle übung zeigen eine sehr praktische übung die schon vielen leuten geholfen hat aus dem gewohnten denken müssen aus diesem zwanghaften automatismen im kopf ja die praktisch anderen sie hinein programmiert haben gesellschaft lehrer eltern kultur jedes mal wenn sie fernseh schauen oder smartphone internet oder was auch immer sie werden programmiert wenn sie nicht bewusst genug sind und dann denkt es in ihnen und je nachdem wie vulnerable also sprich verletzbar sie sind oder inwieweit sie veranlagt sind was sie gelernt haben ihre schwächen sind ja machen sie sich mehr sorgen oder weniger sorgen sind optimistischer oder pessimistischer aber ein großteil können sie auch lernen beziehungsweise lernen und verlernen und mit den negativen mustern kommt normalerweise kein kind auf die welt ja kein baby sagt von sich ich bin aber schlechter als du weil was auch immer für könnte ja oder ich lerne langsamer als du laufen ich glaube ich fall viel häufiger hin als du bist viel besser als ich nie irgendwann hat das das kind gelernt und diese ständige denken müssen diese ständigen bewertungen es wird dann immer schlimmer und immer schlimmer und oftmals so stark dass wir wie ein spielball von unseren konditionierten also das heißt unseren gelernten gedanken hin und her geworfen werden und dann stellt sich das entsprechende gefühl ein und das ist häufig alles andere als positiv und dann sind wir angespannt wir haben angst ja so eine neurotische angst also keine reale angst vor etwas was uns gefährlich werden könnte sondern von unseren tramen und sagen selbst produzierten geschichten im kopf und selbst produziert ist vielleicht auch nicht wirklich treffend ausgedrückt weil es wird in uns produziert ja es denkt in uns ich nenne es auch den gedanken troll ja das konditionierte ich das ego das programmierte ich also dass ich mit all seinen erfahrungen mit all seinen überzeugungen mit all seinen werten und meinungen dass ich meine ich ja was praktisch durch drama lebt durch geschichten im kopf wer wir sind wer andere sind wie die welt ist und und das erzeugt häufig sehr viel schmerz und leid weil wir nicht mehr das sehen was ist sondern wir sehen es durch eine gedankenschicht ich sehe hier beispielsweise das bad ich rieche die luft ich höre die vögel und ich spüre den nassen boden den sand den schlick unter meinen schuhen jemand der das meer hasst weil er vielleicht schlechte erfahrungen gemacht hat weil die eltern gesagt haben das ist doof warum auch immer spielt jetzt nicht die große rolle aber wie wird derjenige das meer wahrnehmen beziehungsweise das wat beispielsweise je nachdem wie er programmiert worden ist könnte sagen oder stinkt ja das ist ja voll eklig und da hinten ist ein quersch und und diese komischen vögel die machen doch überall hin die sind so laut und überhaupt ein meer ohne storm ohne hohen wellen das ist doch kein richtiges meer und was ist das für komisches zeug was hier überall umher liegt ja oder das ist ja eklig dieser sand und das ist alles so dreckig und matschig merken sie was ganz anderes und das nicht weil die welt schlecht ist und das meer sondern weil es das denken ist wie wir praktisch über das meer denken oder über was anderes und da möchte ich ihnen jetzt eine methode an die hand geben mit der sie sehr schnell wieder ruhe im kopf bekommen können und das meer oder was auch immer genießen können das leben das hier und jetzt wie es ist spüren sie immer mal wieder in ihren kopf rein ja lauschen sie der stimme im kopf indem sie ihre aufmerksamkeit dahin lenken da rein lenken sie können die augen dazu schließen oder sie fixieren ihre augen zu irgendeinem punkt und dann überlegen sie sich mal was denkt es gerade mir oder mal sehen was es als nächstes in mir denkt mal sehen welcher gedanke als nächstes kommt machen sie das mal ja stellen sich den kopf vor wie so ein raum da spricht jemand die ganze zeit die meisten merken das gar nicht ja die sind die stimme aber sie sind jetzt vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener ein bisschen bewusster durch bosomkopf und sie wissen da oben quatscht jemand manchmal hören sie den und dann sind sie nicht mehr der quatschkopf sondern sie sind der beobachter und dann können sie was machen dann haben sie einen abstand gesunden abstand dann sind sie nicht mehr der gedanke dass das meer hässlich ist beispielsweise sondern sie nehmen den gedanken hoch erkennen ihn als eine meinung nur eine meinung mehr nicht und dann kann der gedankentroll auch nicht mehr so viel drama an ihnen machen ja sich damit identifizieren sprich das ist schlecht das ist gut das ist jenes und das sind jetzt relativ unverfängliche beispiele es gibt natürlich auch gedanken die wesentlich kraftvoller wesentlich emotionaler sind die sich dann bis zur panikattacke steigern können je nachdem wie viel energie und wie viel geschichte wie viel emotion da drin ist fragen sie sich immer mal wieder beziehungsweise lauschen sie der stimme im kopf indem sie sich beispielsweise ihren kopf als raum vorstellen konzentrieren sie sich und fragen sie sich mal sehen was es wieder in mir denkt mal sehen welcher gedanke als nächstes hochkommt ja das ist auf etwas lauschen da drin wie der stimme lauschen das ist sehr da müssen sie schon bewusst sein wenn sie nicht bewusst genug sind das heißt nicht ein funken von bewusstsein entwickeln können dann hören sie das nicht dann wissen sie gar nicht von was ich rede aber sie als boss im kopf abonnent ich gehe davon aus dass sie schon achtsam genug sind dass sie das wahrnehmen können zumindest zeitweise machen sie diese übung ruhig mehrmals am tag so oft sie daran denken auch ruhig wenn sie im büro sitzen das bekommt keiner mit fragen sie sich immer mal wieder was denkt es gerade mir und lauschen sie in ihrem raum in ihren kopfraum rein was da gerade in ihnen denkt und es langt wenn sie das fünf bis zehn sekunden machen länger ist wahrscheinlich am anfang relativ unrealistisch aber sie werden merken diese übung hilft ihnen mehr boss im kopf zu werden ja die gedanken werden ruhiger die gedanken werden leiser die gedanken werden klarer oder bleiben auch mal weg und sie leben trotzdem und zwar viel intensiver die welt ist viel lebendiger ohne diesen ganzen gedankenschleier diese ständige gedacht werden das ist ja wie so eine wolke die über sie beziehungsweise über die welt liegt das ist praktisch ein erdachtes leben und sie werden ab und zu mal rausgerissen weil was passiert ja dann muss alles sehr extrem sein damit die aufmerksamkeit in die realität wandert aber fangen sie doch schon mal jetzt an die welt so wahrzunehmen wie sie ist wirklich da zu sein und immer mal wieder zu fragen mal sehen was es mir denkt ist da gerade was in meinem kopf und wenn sie die frage stellen und wirklich lauschen also achtsamkeit entwickeln für das was in ihnen ist im kopf dann werden sie merken sie wird auch immer ruhiger immer gelassener und das können sie überall üben das ist ja das schöne im zug in der u-bahn auf der bank während des spazierengehen es ist wirklich schön übrigens ist einfach mal ja das war's in diesem video wie sie mir boss im kopf werden mein name ist franziska luschas ich mache noch einen kurzen rundum schwenk bis zum nächsten mal tschüss so da standen sie praktisch hier oben ist der da und hier haben wir wieder das hochhaus im hintergrund und jetzt zeige ich ihnen noch mal das wattenmeer hier und hier sind relativ viele vögel ich zooms mal ein bisschen ran sehen sie sie jetzt da ist ganz schön was los da ist ganz schön was los da ist da ist ganz schön da ist sind